Und über das Thema Schlafen und Schnarchen möchte ich jetzt mit Dr. Hans-Günter Wees, Schlafforscher aus Landau sprechen. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr Wees, jetzt haben wir gehört, die Schlafposition kann dazu beitragen, dass man vielleicht nicht schnarcht oder auch gesunde Ernährung. Es gibt ja aber auch zum Beispiel solche Schlaf- oder Schnarchpflaster, ein Anti-Schnarchkissen. Was halten Sie denn davon? Ja, in der Regel sind die wenig hilfreich. Das hilft am ehesten denjenigen, die sie herstellen und verkaufen, das aber den Menschen das Geld aus der Tasche herausgezogen. Wenn etwas hilft beim Schnarchen, dann kann es das Meiden der Rückenlage sein, Alkoholverzicht, weil Alkohol das Stützgewebe der oberen Atemwege entspannt und dann kommt es eher zu den Vibrationen, die das Schnarchgeräusch eben verursachen. Oder was eben auch hilfreich sein kann, das sind speziell entwickelte, von spezialisierten Zahnärzten hergestellt, unter Kiefer vorverlagernde Schienen, die dann auch dazu führen können, dass man weniger schnarcht. Wenn ich jetzt so einen schnarchenden Partner neben mir liegen habe und möchte jetzt nicht unbedingt getrennte Betten haben, was kann ich da noch machen, damit ich vielleicht doch irgendwie einschlafen kann? Das wird schwierig werden, weil das Schnarchgeräusch eigentlich schwer tolerierbar ist und das für einen Partner oder Partnerin immer eine Belastung darstellt. Man kann es versuchen mit Oropax, wenn das Schnarchgeräusch dann nicht mehr hörbar ist, dann kann man so gut miteinander auch die Nacht verbringen. Wenn das aber nicht funktioniert, dann kann ich eigentlich nur zu getrennten Schlafzimmern raten. Jetzt haben ja viele Menschen auch generell das Problem, dass sie nicht einschlafen können. Woran liegt das denn und was kann ich dagegen tun? Es sind meistens innere Fehlhaltungen. Das heißt, wenn man nicht richtig Feierabend machen kann, wenn man ins Bett geht und die Großen, die Kleinen Sorgen mit ins Bett nimmt, die nicht vor der Schlafzimmertür lässt, also sich nicht entpflichtet, dann bleibt man in einer schlafverhindernden Anspannung und dann schläft man nicht. Und ein zweiter häufiger verursachender Faktor ist, dass viele Menschen ins Bett gehen wollen oder ins Bett gehen und schlafen wollen. Aber wer schlafen will, bleibt wach. Das hört sich jetzt paradox an. Aber je mehr ich mich unter Druck setze, schlafen zu müssen, umso mehr komme ich in eine schlafverhindernde Unruhe und Anspannung und dann bleibe ich wach. Wer schlafen will, bleibt wach. Ja, ich kenne das von mir, wenn man in Urlaub geht beispielsweise und weiß, der Flieger geht um drei Uhr morgens und man will dann unbedingt schlafen, dann schläft man einfach nicht ein. Ja, vielen Schichtarbeit, dann geht es auch so. Haben Sie denn da aber dann noch ein paar Tipps? Was könnte ich jetzt beispielsweise tun, damit ich dann doch einschlafe? Ja, immer an Dinge denken, die mit guten Gefühlen einhergehen, also neutrale Inhalte, Dinge wie Fantasiereisetechniken, schöne Erlebnisse im Leben. Das Gehirn richtig beschäftigen, sodass es nicht auf dumme Gedanken kommt, nicht auf Grübeleien. Und mit diesen guten Gedanken kommen auch gute Gefühle von Sicherheit, von Geborgenheit. Und das ist die schlafförderliche Entspannung. Das ist die Autobahn in den Schlaf, solche Gefühle. Sagt Dr. Hans Günther Wees, Schlafforscher aus Landau. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.